Der Alltag auf dem Flughafen Wir starten und landen regelmäßig Flugzeuge. Ein Reh Ein Hase ist auf der Flugstrecke. Ruff, ruff. Jetzt kann die Maschine starten. Ein Flugzeug fährt in die Parkposition. Ein Hirsch geht vorbei. Die nächste Maschine will umparken, aber der Hirsch steht im Weg. Als der Hirsch weg ist, kann sie los. Ups, Fehler passieren nun mal. Ein Häschen hoppelt auf die Landebahn. Puh, das war knapp. Ein Hase hoppelt in das Haus. Ein Schaf kommt und frisst. Zwei Hirsche kämpfen. Zwei Hasen treffen sich. Ein Fuchs kommt. Er blockiert den Parkplatz. Zwei Hasen treffen sich. Zwei Hasen werden im Zwei crochet. Bis zum nächsten Mal.